Hallihallo und willkommen bei Mördet. Wir sind wieder mal dabei und probieren jetzt nicht jedem zu helfen, außer uns. Doch, wir wollen jedem helfen. Wir wollen allen helfen. Doch, doch. Und nebenbei klären wir dann vielleicht auch irgendwann mal unseren Mord. Wir sind hier noch am Strand. Waren schon da vorne, waren hier, haben dieser Frau geholfen, die aufgestiegen ist. Und jetzt werden wir mal nach der hinten gehen. Hier sind Verstecke. Verstecke gefallen mir nicht. Deshalb werde ich hier mal eine Runde leuchten. Ich sehe immer noch keinen Dämon. Vielleicht taucht er auch gleich einfach erst auf. Könnte ja gut sein. Ja, finden wir hier irgendwas Schönes? Nein, natürlich nicht. Im Wasser. Nein, da kommen wir auch nicht lang. Was haben wir denn hier? Plakette der Piratengeschichte. Hippie. Mein Leben. Irgend hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Julia war anscheinend eine sehr schöne Frau. Eine sehr nette Frau. Und sie machten Selfies. Julius. Julias Gedanken. Wollen wir schon in die Kirche oder wollen wir erst alle Sachen lesen? Das ist hier die Frage. Ach komm, wir gehen in die Kirche. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Da spricht anscheinend jemand aus Erfahrung. Hm. Ich muss rausfinden, wo die Zeugin ist. Begib dich zur Kirche. Ähm. Ah, wen haben wir denn hier? Na, wer bist denn du? Ähm. Gut, dann halt nicht. Lalalalalala, sammeln wir das doch mal. Ähm. Ja, sammeln. Julias Gedanken. Wir kennen ja dieses wunderschöne Ding da vorne und wissen, was das heißt. Verdammt. Wir werden hier wieder viel Spaß haben mit meinen guten Freunden. Daneben sitzt allerdings jemand, wo wir hin müssen. Das heißt, wir haben ein großes Problem. Aber wir holen dich da raus. Du musst bloß noch abwarten, bis ich alles untersucht habe. Dann, ähm. Bewahre uns vor der Dunkelheit, der uns vorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Julias Gedanken. Was finden wir hier? Eine Säge. Yippie. Was haben wir denn hier? Oh, 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 oh. Da war wieder das Mädchen. Komm, dann schauen wir uns das doch an. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Ja, gab es. Äh, wo sind denn die Fotos? Da sind die Fotos. Doch, das war auf den Fotos. Das weiß ich ganz genau. Nichts zu erkennende Fotos, doch. Wird dann wahrscheinlich das. Ach. Gut, ich bin kein so guter Detektiv, wie man das wo sieht. Buch über Geister. Naja. Gepackter Koffer. Die Kirche. Wirklich. Verarsch mich. Gut. Man könnte alles so einfach haben. Pater. Gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da und zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Jippie, auf dem Dachboden. Ähm. Hey Kumpel. Was machst du da? Ähm. Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Ähm. Also, hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat. Diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein. Die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegungen. Für immer. Jippie. Freude. Ich glaube, die Frau findet das nicht ganz so toll. Wenn sie es wüsste. Hier ist es wenigstens hell und etwas belebt. Ich glaube, sie spürt die Anwesenheit des Möster-Gruseltypen. Auch genannt Michael Myers oder Stalker. Hm. Gott. Diese ganzen Krähen überall. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Ähm. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Ja, ja, ja. Gott. Ich hoffe, das hilft. Ja. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierte Opfer raus. Und was weiß die Frau neben dir? Ja. Wenigstens bin ich nicht allein. Eine wunderschöne Orgel. Und da oben sehen wir schon, es geht da oben weiter. Ähm. Stalkt ihr mich? Ich sehe das ganz genau. Ja. Da verschwinden sie wieder. Ist ja klar. So. Wen haben wir denn hier? Oh. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Ja. Unsere gute Frau Julia. Rowan. Ist ja auch nah dran an Romeo. Vielleicht. Ähm. Wie wir sehen, wollen wir da nicht hin. Die Säge nehmen wir allerdings mit. Ähm. Tschüss. Ähm. Vielleicht mal hier lang. Da 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 da. Noch eine Säge. Woo. Ähm. Ah. Ja. Toll. Gut. Wir sind hier. Wollen dieser Frau da noch irgendwie helfen. Wie machen wir das jetzt? Ey, du. Ey. Reden. Hey. Hey, hey, hey. Ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände. Sie haben meine Seele zerrissen. Mein Geist. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Ich glaube, die Frau ist ein bisschen faul. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Schhh. Ähm. Was? Sie kommen dich holen. Sie kommen dich holen. Sie holen uns anscheinend alle. Gut. Ähm. Kann ich dich jetzt? Ich kann sie immer noch sehen. Ist ja auch nicht ganz so schwierig. Ist ja genau neben dir. Steh auf. Geh weg. Ist die Sache durch. Na ja. Da oben sind ja diese komischen. Ja. Schön. Hier war ja nichts mehr. Kann ich mich, wenn ich hier in diesem Versteck bin. Hallo. Ja gut. Nach oben porten ist die Frage. Sieht schlecht aus. Das Problem ist, ich muss nach oben. Also gehe ich jetzt erstmal hier lang. Hm. Hier vielleicht nicht. Ich spiele Orgel. La 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 la. Du 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 du. Hier kommen wir nicht drüber. Wäre hier auch zu einfach gewesen. Ach. Dann rennen wir mal hier weiter. Böse. Das Böse. Wartet auf uns da unten. Hier können wir uns verstecken. Wir wollen uns aber nicht verstecken. Naja. Wir wollen uns dahin verstecken. Dann kommen wir da nämlich durch. Ach. Schon wieder diese komische Grusel-Stalker-Frau. Nett. Geschichte Salem's. Wir sammeln hier, wie man jetzt gesehen hat, in sehr viele Richtungen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir auf den Dachboden müssen. Und auf den Dachboden kommen wir nur, wenn wir da drüber gehen. Also, schnell Besitzer greifen. Nein. Ja, war zu schnell. Mit seinem langsamen Staubsauger. Ja, verdammt. Na, kommst du jetzt wieder zurück? Ich will da drüber. Na, haben sie. Bald diesen Fleck weggeputzt. Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Ach, pff. Kannst du auch einfach sein lassen. Ich mach das schon für dich. Gut, ciao. So umgeht man diese wunderschönen Flecken. Ach, Gott. Da wollte ich doch gar nicht lang. Und da haben wir unsere neue beste Freundin. Diese Katze wird uns noch oft das Leben retten. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Gut, ähm. Hallo, ich will dich enthüllen. Nach oben? Da? Wirklich? Ah, da ist die kleine Katze. Hier ist sie durchgekommen. Durch die Küche. Die hatte wohl Hunger. Ist die Lüftung in Ordnung? Ähm. Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass keine Tiere durchsicht. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Ah, ja. Da ist jemand wohl gar nicht von dem überzeugt. Darüber hält der mal die Klappe. Genau so geht's mir. Wenn jemand einfach nur Bullshit redet. Ach. Noch eine Säge. Die nehmen wir doch gerne mit. Oh, nein. Ähm. Scheiße. Ich will hier weg. Ich habe, glaube ich, ein kleines Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Nein, wir haben offensichtlich gar nicht gedacht. Nein, 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 geh weg. Irgendwie habe ich diese Dämonen schon wieder vergessen. Ziemlich doof. Ja, so ist das. Wir haben uns im 17. Jahrhundert hier niedergelassen. Kein Respekt vor der Geschichte. Ähm. Kannst kaum erwarten, dass es vorbei ist. Ähm, da haben wir unseren Freund wieder. Der, ähm, 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 ja. Ich glaube, ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salens gefunden. Ja, das ist vielleicht, äh, wahr. Wer weiß das denn schon. Jetzt gucken wir uns doch mal diesen wunderschönen Klaus an, wie er durch die Gegend joggt. Und dann gucken wir mal, wo wir ihn umbringen. Oh, diese kleinen Geister. Das kleine Geistermädchen da hinten. Süß, wie sie da spielt. Gut, ähm. So wie es aussieht. Rennen wir doch einfach mal hin. Ah, und wir wollen weh und ihn erledigen. Pam. So, äh, Geistermädchen. Ich wollte mit dir reden. Ich glaube, die möchte nicht mit mir reden. Gut. Die Sache ist schon mal geklärt. Da oben ist ein Lüftungsschacht. Der auch noch offen ist. Das heißt, dass wir möglicherweise gleich wissen, mit wem wir da hin müssen. Ah. Was denn? Na, mit dir müssen wir gleich weiter. Ah, was wollen wir denn hier? Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht nichts. Wir sind Brian. Ich hoffe, meine Hochzeit wird nicht so stressig. Ah ja. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso können das nicht jeder? Tja, anscheinend. Poltergeist! Ist hier noch irgendwo so ein hässlicher Klaus? Nein, kein hässlicher Klaus für uns. Wo sind wir hier schon wieder? Oh Gott. Ich kann man auch durch jede Ecke durch. Das macht mich verrückt. Nein, da komme ich nicht durch. War ja klar. Ähm. Da auch nicht. Gut. Dann, äh, da schon mal nicht rein. Salem! Pfarrhaus-Widmung! So, hier waren wir eben und haben Poltergeist gespielt. Hier ist kleine Omi. Hier konnten wir uns verstecken. Da oben können wir auch hoch. Da wollen wir nicht rein. Ach ja. Hier können wir überall gleich lang mit der Katze. Ach. Oder durch die Küche können wir auch mit der Katze. Ähm. Ich habe mich verirrt. Ich wollte hier lang. Können wir auch durch den Fahrstuhl? Nein, natürlich nicht. Ach, da ist das kleine Geistermädchen wieder. Na? Ich glaube, die mögen mich nicht. Hm. Tropft. Da ist ein Loch. Gut. Hier kommen wir schon mal nicht durch. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Säge. Die nehme ich mit. Noch eine Säge. Die nehme ich auch mit. Gut. Da kommen wir nicht durch. War ich hier schon? Ja, hier war ich eindeutig schon. Ähm. Okay. Also bin ich damit gerade einmal im Kreis gelaufen. Oder so. Ja. Gut. Oh. Da fährt er mir ja schlecht bei. Ähm. Gut. Ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt mit unserer kleinen Katze weiter. Miau. Okay. Miau. Sind wir nicht eine süße Katze? Miau. Hier. Häu. Oh. Nein. Das möchte ich nicht. Raus Katze, raus hier. Nein. Ich will aber da durch. Jetzt muss ich bloß wieder herausfinden, wie man springt. Und da haben wir es. Mau! Ich greife dich an, du blöde Frau. So, und springen! Okay. Im Springen bin ich noch nicht so gut, wie man sieht. Ähm, 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 hallo. Bin überfordert. Da, da will ich hin. Da will ich drauf springen. Und ab in den Lüftungsschacht. Dö, 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 da wollen wir nicht hin. Dö, 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 dö. Wir können da lang oder da lang. Wo wollen wir lang? Rechts oder links? Rechts oder links? Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage werden wir uns in der nächsten Folge stellen. Denn es ist wieder soweit. Ich verabschiede mich für heute. Und dann werden wir mal gucken, wie es das nächste Mal weitergeht. Bis dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!